Herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Kanal von Finance Man Simple. Heute widmen wir uns einem Thema, was gerade sehr, sehr viel diskutiert wird. Und zwar ist es das Thema Gaspreisbremse. Wir haben ja relativ große Social-Media-Accounts im Bereich der Kurzvideos. Deswegen haben wir uns jetzt heute mal dazu wieder entschieden, ein längeres Video zu machen, um das durchzugehen, weil wir haben ganz, ganz viele Fragen dazu bekommen. Es ist aktuell so, dass es bisher nur ein Entwurf ist. Ja, also seit heute Morgen, heute ist der 10. Oktober, ist es raus, wie das Ganze aussehen soll. Die Bundesregierung muss dem Ganzen jetzt noch zustimmen. Aber obwohl es erst seit ein paar Stunden raus ist, haben wir schon so viele Fragen bekommen, weil es sehr undurchsichtig ist. Und deswegen möchten wir dir das heute einmal in diesem Video, Step by Step, ganz kurz und knapp und einfach vor allem, wie du es von Finance Man Simple hoffentlich schon kennst, erklären. Also die Gaspreisbremse ist ja ein Thema, damit die Energiekosten für die Haushalte in Deutschland für die nächsten Jahre wirklich gedeckelt sind beziehungsweise günstiger werden, weil es natürlich extrem teuer geworden ist. So, jetzt muss man sich eine Sache dazu ins Gedächtnis rufen. Und zwar, diese Gaspreisbremse besteht aktuell laut des ersten Vorschlags aus zwei Teilen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass der Kilowattstundenpreis gedeckelt ist, sondern dass man auch eine Einmalzahlung bekommt. Damit fangen wir an. Und zwar geht es um den Abschlag, den du gezahlt hast im September 2022. Clever von der Bundesregierung, weil wenn die jetzt gesagt hätten, wenn denen den Abschlag aus November beispielsweise oder Dezember, hätten viele vielleicht ihren Abschlag nochmal hochgesetzt und hätten dementsprechend mehr Geld bekommen. Rückwirkend im Oktober kannst du es für September natürlich nicht mehr ändern. Das heißt, wenn du jetzt im September einen Abschlag gezahlt hast von 250 Euro, dann bekommst du dieses Geld laut des ersten Entwurfs als Einmalzahlung, also einmalig auf dein Konto überwiesen. Voraussichtlich irgendwie im Dezember oder im Januar 2023. Das ist der erste Teil der Förderung. Der zweite Teil der Förderung besteht wirklich aus dieser Bremse. Das heißt, es wurde gesagt, ein Kilowattstundenpreis von 12 Cent, der wird zugrunde gelegt. Das ist der Deckel, das ist das Maximum. Jetzt ist es aber leider nicht so, dass das für deinen gesamten Verbrauch gilt und du sagst, okay, egal wie viel ich verbrauche, ich zahle irgendwie immer nur 12 Cent. Sondern auch hier wieder geschaut, was hast du für einen durchschnittlichen Verbrauch. Der September 2022 wird natürlich herangezogen. Jetzt aber nicht nur der September, weil du natürlich im September weniger heizt als im Januar oder Dezember, sondern der gesamte Jahresverbrauch. Sagen wir mal, du hast als Beispiel 10.000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht und dann werden von diesen 10.000 Kilowattstunden 80 Prozent genommen. Das heißt, 80 Prozent von diesen 10.000 Kilowattstunden wären dementsprechend, ich schreibe es hier unten einmal hin, 8.000 Kilowattstunden. Und die würdest du dann zu 12 Cent beziehen können. Also wenn du es jetzt ausrechnest, mal 0,12, müssen wir ja mal einen Taschenrechner holen, kommt der Summe X raus, das würdest du bezahlen. Alles, was du darüber hinaus verbrauchst, das heißt, die restlichen 2.000 Kilowattstunden oder vielleicht, weil du sagst, ich muss mehr heizen, weil es ein kalter Winter wird, zahlst du dann den üblichen Preis. Also in unserem Beispiel wären das dann 2.000 Kilowattstunden zu 25 Cent. Das heißt natürlich, dass die Leute, die in dem vergangenen Jahr oder Halbjahr schon mehr gespart haben, weniger Abschlagszahlung haben, hier mit dieser Geschichte so ein bisschen weniger Förderung bekommen, als die Leute, die einfach normal weiterverbraucht haben. Aber das ist der erste Entwurf, so soll das Ganze aussehen. Und ja, ich hoffe, das war verständlich für dich. Falls nein, schreib mal gerne deine Frage noch in die Kommentare rein. Und wenn du mehr von solchen einfachen Finanzvideos sehen willst, dann vergesst auf jeden Fall nicht, einmal Finance Man Simple zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.